Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Artsport Laufband Speedrunner SR1620. Zuhause Fitness, das ist schon seit einigen Jahren ein großer Trend. Die eigene Figur in Form bringen und das Zuhause in der heimischen Atmosphäre. Warum ist das so beliebt? Nun ja, da hat man halt deutlich mehr Privatsphäre als Fitnessstudio. Und hier haben wir ein interessantes Laufband am Start. Das Amazon-Angebot zu diesem Laufband werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne einmal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Ja, ich bin auch ein großer Freund davon, draußen an der frischen Luft laufen zu gehen. Ich finde, das ist auch eine gute Entscheidung. Aber manchmal spielt da natürlich die Witterung nicht so ganz mit. Oder manchmal will man sich auch einfach nicht so wirklich fertig machen. Und ja, da kann es schon ein leichterer Schritt sein, zuhause einfach mal aufs Laufband vielleicht die Lieblingsmusik laut aufdrehen. Und so eben ein bisschen Fitnesstraining zu machen. Dafür kann das echt eine gute Wahl sein. Hier bei diesem Angebot aus dem Hause Arzsport haben wir, wie ich finde, ein preiswertes Laufband am Start. Muss aber natürlich jeder selbst beurteilen. Gar keine Frage. So, wir können uns auch gerne ein paar Eigenschaften zum Arzsport Laufband Speedrunner SR1620 genauer anschauen. Fitnessgerät für zuhause. Motorisiertes Laufband für das heimische Lauftraining. Ausdauernd Fitness im Homegym steigern. Für Anfänger und Profis. Bis 16 kmh. Leistungsstarker 2,028 PS. Motor ermöglicht ein intensives Training mit bis zu 16 kmh Geschwindigkeit. Belastbar mit bis 120 kg Gewicht. Also diese ganzen Werte klingen schon mal echt gut, wie ich finde, vor allem wenn wir den Preis im Hinterkopf behalten. Bis zu 16 kmh. Also das im Laufen ist schon eine ganz schöne Geschwindigkeit. Ja, finde ich cool. So, abwechslungsreich trainieren. Zwölf vorangestellte Programme sowie die zweistufig verstellbare Steigung bieten viel Abwechslung beim Heimtraining. Ja, das klingt wahrlich abwechslungsreich. Einfache Trainingssteuerung mit LCD-Display. Alle Parameter stets im Blick. Große Tasten für eine leichte Bedienung. Inklusive Anschlüsse für MP3, USB, SD-Karte. Klappbar und platzsparend verstaubar. Dank Klappsystem lässt sich Lauffläche schnell und einfach hochklappen. Praktische Rollen für leichten Transport. Ja, die Tatsache, dass es leicht zu verstauen ist, ist natürlich sehr wichtig, wenn man es mal wegräumen möchte. Von daher finde ich diese ganzen Aspekte hier cool. Auch was du hier alles bekommst an technischen Aspekten. Ich finde, das ist wirklich ordentlich, was dir dieses Laufband aus dem Hause Art Sport bietet. Ja, mir gefällt es bis zu 16 kmh. Das ist schon echt ordentlich. Maximal 120 kg belastbar. Da muss man im Hinterkopf behalten und eben gucken, wie viel Gewicht bringt man mit. Ja, ganz wichtig, dass man hier solche Eigenschaften hat. Gefällt mir insgesamt echt gut. Das Thema Home Gym, muss man sagen, ist nicht jedermanns Sache. Wie bereits gesagt, ich finde Draußensport auch super. Gerade bei schönem Wetter, Laufen, Schwimmen, Radfahren. Das kann auch echt gut tun, ja. Aber klar, wenn die Witterung mal schlechter ist oder wenn man sich nicht fertig machen möchte oder wenn man auch keine tollen Möglichkeiten hat, in der näheren Umgebung Draußensport zu machen. In all diesen Fällen kann ein eigenes Laufband zu Hause wirklich eine gute Wahl sein. Und ich finde das, was du hier aus dem Hause Artsport bekommst, das wirkt auf mich echt sehr interessant. Ja, gefällt mir. Ich kann das Amazon-Angebot zu diesem Laufband aus dem Hause Artsport, werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne einmal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Ich kann dir gerne noch ein paar generelle Tipps zum Thema fit werden und abnehmen mit auf den Weg geben. Denn machen wir uns nichts vor. Die meisten Leute, die sich für ein Laufband interessieren, wollen vor allem Kalorien verbrennen. Und hier ist es so, dass du halt auch ganz stark auf deine Ernährung achten musst. Und das ist nicht so einfach, ja. Auf diese leckeren Speisen zu verzichten, ja. Zucker und so weiter. Kuchen nur in höchstens meinen Ausnahmefällen. Das fällt vielen Leuten schwer. Ja, aber ich kann dir sagen, das ist super wichtig. Wenn du dir deine Traumfigur erarbeiten möchtest, ja, dann musst du diese anstrengende Ernährung und das anstrengende Fitnesstraining auch knallhart durchziehen. Auch so ein nützliches Laufband hier ist da eher als ein Hilfsmittel zu verstehen, ja. Und nicht als Garant für die Traumfigur, denn die Arbeit muss immer noch von dir kommen, ja. Das als wichtiger Tipp an dieser Stelle. Was dieses Laufband aus dem Hause Artsport anbetrifft, gefällt mir hier echt gut. Was du bekommst, wie ich finde, ein fairer Preis, muss aber natürlich auch jeder Sportsfreund selbst beurteilen. Naja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Erfolg für dein Fitnesstraining und alles Gute. Danke und ciao.